hallo und herzlich willkommen zu dieser schönen ruinen hier mit den cyberbrot hallo mr badba hallo und der echse hallo und ich bin auch bald da wenn das endlich runter geladen hat und er ist auch weiter der trümmer der trümmer und niklas trümmer waldkicks bilder nicht klar ist weggegangen jetzt ist er weg glas hatte black screen green screen wie auch immer dieser weggegangen ich bin detective und wir wissen alle wenn niklas ein problem mit garrys mutter dauert das meistens lange aber ich getrunken exe hast du getrunken nein ich hab nicht irgendetwas getrunken ich habe mir gerade hier ein glas wasser gemacht ich glaube nicht dass das verboten ist exe irgendwer bei mir in der nähe hat's getrunken ähm ja der rum ist schon direkt über dir in der rangliste von mir in der nähe hi ich versuch schon also ich hab doch nicht ich hab schon ne waffe ich wollte das sagen ich hab keine äh ich war eigentlich mit den linken hochlaufen da ja was für ein geräusch hier hier ist ein ganz komisches geräusch gerade ich bezweifle dass es gesund ist ja 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 bei mir ist Mr.Warn und Cyborg hä? wo müsst ihr auch? wenn ihr da... ja hallo oh nein darf ich mal vorbei ey! seid ihr alle unten? Digga! Cyborg hat nichts getrunken Digga! wie kann das denn herausfinden dass er mich getrunken hat? er hat mich runtergeworfen ich hab Schaden genommen wow er kann aber auch Summon up außerdem getrunken haben was ist? er kann auch außerdem Summon up getrunken haben wer ist da? Snell das ist mir egal das ist mir als Tee schon so oft passiert das passiert mir schon gar nicht mehr Snell getrunken hä? ist irgendjemand gestorben? irgendwas gestorben LOL 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 was war das? was ja? die bringt Traitor um? was? ich war gar kein Tee der warte ich? ich? Snell und ich warnts aber dass diese eine Falle seit wann bringen denn Traitor fallen Traitor um? ne die bringen alle um die Sniper bringt alle um ach die scheiße was ist denn das für ne brauche ich aber ja nicht sagen ich kann auch einfach lügen und sagen ich hab nicht gezogen da wird vielleicht irgendjemand rausgebracht und sorry ich musste das machen also Snell das tut mir jetzt leid aber ich hätte nicht gedacht dass die Auna ganz ehrlich total umgekommen ach warum aktiviert ihr auch random Traitor fallen ein? ja wenn da steht dass das ne Waffe ist die Leute tötet denk ich die tötet andere Leute ne? hätt ich auch gedacht naja ich nehm die Waffe ey! oh Zahrebrot hat dir denn mal ein Baby gefallen? nein! das klingt falsch was scheiße! frag doch mal Fritzl wen fragen? Fritzl wer ist Fritzl? Fritzl die Stimmung ist im Keller im Ernst jetzt im Ernst jetzt im Ernst jetzt im Ernst jetzt was? was? wer hat meine Namen gesagt? das kommt doch mit Fritzl leider ohne Witz jetzt der Fritzl ist lustig Spaß für die ganze Familie Alter komm hör auf oh mann oh mann oh mann nicht cool nicht cool nicht cool Digga ja kommt doch an wen du fragst ne Lois wie immer gestorben das ist so wie und ich weiß gar nicht war das Nico der das erzählt hat mit Breivik äh Andreas Breivik ja dass der manchmal fancy ist der bekommt ja der bekommt einen Fanbrief ja der bekommt einen Fanbrief und da ist auch ne Leiche ja wo eben ne Explosion gehört oh äh oh mein Gott lol wer hat die Disco geworfen den kam von oben lol Gott wahrscheinlich hallo ähm der Traitor hat wie heißt ich glaube Axe ist Traitor tut mir leid Axe weil 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 er oder hier sind ja zwei Leute ne hey der hat den Deadwinger benutzt wer hat den Deadwinger benutzt du ey Snay Snay an Deadwinger der Traitor hat einen THD-Flopper na das kann ja jeder sein den benutzen viele von uns oh Gott das ist ja übelst verbuggt hey bist du ein Taser ja wow mhm ja krass ist schon hart hier aber was du eigentlich sagen wolltest ist das ist schön das ist schön wunderschön wow äh Snay is es Snay 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 gut hast du früh gemerkt gut Snay is es das Hans hat doch schon vorher gesagt ja ja der hat ja mit dem Verdächtig Snay Goom is es Goom is es das ach deswegen bin ich es ok hä hallo ah Goom is es wirklich was war das denn für ne Waffe Goom kannst du mir wenigstens das verraten die HK als wenn die so Taube Taube ne ist das auch noch Tua hat Floppa Uhhh Echse nice er hat sich selbst so gemacht Er hat sich selbst so gemacht wenigstens so eine frage ja es war ja schon klar dass Snay is es ne war ja im Raum ne dann haben sie ja gesagt Goom is es und daraufhin wo Goom gesagt hat Snay is es hab ich die Identität wieder angelegt obwohl ihr überhaupt sagt Snay is es aber ich glaube das Dachtest nur du Die meisten dachten glaube ich, dass Snails ist und... Ja, Goom hat Snail gerufen. Hinten hat irgendwie aber Goom gerufen. Da ist doch klar, dass Snails da nicht ist. Also, ich hätte auf Snail geschossen. Anstatt auf Echse. Ja, deswegen habe ich sie wieder angelegt. Die hätten ja eh auf mich geschossen, weil ich am Anfang verdächtig wurde. Das war übrigens nicht wirklich mit dem Flopper. Aber den Flopper nutzt hier jeder. Das hättest du nicht wissen können. Naja... Ist mir egal. Also ich habe nur nicht einmal benutzt. Außer du hast meinen Namen gesehen, aber meinen Namen hast du glaube ich nicht gesehen. Hab ich ja. Ah gut. Aber ich habe meinen Namen gesehen, wie du im Deadringer warst. Ja, ich bin an dir vorbeigelaufen. Wieso bist du mir ja nicht nachgelaufen, Snail? Da war schon mal so verreckt. Hinten habe ich mit dem One-Shot weggemacht. War es Vanva? Ne, das glaube ich nicht. Wer hat das getrunken? Wann warst du getrunken? Ja. Nicht wie beim letzten Mal auf der Map, wo der Bete getrunken hat. Ich glaube die Falle wurde schon wieder aktiviert. Bist du runtergesprungen, Vanva? Ja. War hier noch nie. BTF. Deadringer! What? Ah, der hat schöne Fernsehbekommen. Aber ihr habt ihn nie gehört. Ich glaube, es ist jemand im Traderraum vielleicht hier. Ne, das war bei diesem Ding mit den OP-Gewehren. Falls du weißt, was mit dem roten Raum ist. Um trotzdem zu springen. Geht nicht weiter. Aber ich glaube, Ohna hat den Deadringer und es gestorben kann das sein. Das ist eine einfache Wand. Ne. Oh Gott, das ist eigentlich nur eine Radicale. Aber hier. Ist hier? Aber hier. Hier geht auch nicht. Oh, da ist wirklich jemand tot. Ja, ich hab die Falle. Oh, komm mal her. Oh ja, das habe ich gemerkt. Ja, wir brennen seine Leiche einfach lang. Ach ja. Ich habe keinen Punkt. Der hatte keinen dabei. Ach, schade. Hast du Nighthawk vielleicht geholt oder so? Ne. Ich habe doch getrunken. Wow. Was erkunden wir hier? Digga! Du lebst doch, oder? Ja, Alter! Ah, nein! Digga, what? Du Gefallen. Wie schnell früher. Ey, hier liegt noch eine Leiche. Ne, lebst du noch? Was du da, Cyrobot? Nein. Ich glaube, Cyrobot ist Trader und hat jemanden weggesniped. Nein, ich habe niemanden gesniped. Nein, da ist aber jemanden gestorben hier. Komm, runter, ich zeige, dass meine Snipe nur volle Munition hat. Ne, ist gerade runtergefallen. Rüber. Drummer ist an Explosionsschaden gestorben. Alter, warum funktioniert das denn nicht? Ich fühle mich hier oben eigentlich relativ sicher. Nur das Nighthawk, was hätte ich ihn... Ich habe eine Plasma, ne, aber die habe ich nicht. Explosionen ist... Warte. Aber du wirfst ja, wenn der die jetzt auf mich wirft. Ne, ich werf die weg. Ich werf die weg. Hast du gesehen? Ja, also nur Owner und Drummer sind jetzt tot, oder was? Ne, lebst du noch? Ne, der ist ja runtergefallen, oder? Okay, das funktioniert nicht. Warte mal. Ich, Goom oder Cyberbot. Einer von uns dreien ist es. Ja, okay, mal... Nein, nein, Cyberbot. Du kannst immer noch sein. Wie ich wüsste aber nie was finden. Da schießt immer noch auf mich. Cyberbot ist es. Ja, mach ich doch. Er ist runtergesprungen, scheiße. Wo ist Cyberbot? Der ist unten. Ach ja. Alter. Nein. Cool. Was ist jetzt explodiert? Hey, bist du gestorben? Naja. Runtergefangen. Du hast mich gleich mitgenommen. Oh ja, naja. Kollateralschaden. Silence AWP ist verboten worden. Aber das wusste er nicht. Das wusste er nicht. Ja, macht euch genau wie... Der macht das beim ersten Mal. Aber das macht nicht richtig, denn ich habe auch schon andere Sachen. Du bist immer richtig schwerhörig, ne? Ja. Du schubst mich runter auf Boom mit deinem Flopper. Hä? Auf Boom? Ich war gar nicht da. Ich habe den Flopper nicht gehört und ich habe... Hier, jemand habe mich umgebracht mit dem Flopper. Der hat einfach da unten geschossen. Ich habe vermutet, dass du... Ich habe dich runtergeschubst mit der Kiste. Aber ich habe vermutet, dass du durchs Wasser keinen Schaden bekommen hast. Weil unten war ja Wasser. Ich bin doch mal aufgeschlagen, dann ins Wasser. Das habe ich nicht gehört, den Aufschlagen. Auf ne bestimmte Entfernung hört man das nicht. Alter. Tauben töten. Wie im GTA 4. Auf ne bestimmte Entfernung hört man das wirklich nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Und damit... Du weißt das allererste, was ich im Flopper benutze. Nein! Tauben töten wie im Flopper. Aber die Flopper benutzen normalerweise echt viele. Nein! Loll. Hast jemand gestorben? Ja, da ist Ona runtergefallen, würde ich sagen. Ja, ich bin auch runtergefallen. Belebe ihn dann am besten mal wieder. Waren war... Ne, Groom. Hast du noch Punkte, dann belebe ihn wieder am besten, Ona. Ich bin ganz woanders. Drama, wie sagst du schon an? Ey, ich weiß nicht ob das so gut wäre, weil der hat ja noch nichts gesehen. Echse. Verstehst du denn? Hier ist Ona. Ich komm mal in die... Äh... Ne, okay man, runtergefallen. Wo war'n'n das? Ey! Er ist jetzt runtergefallen. Ja, ähm... Drama is is. Drama is is. Ah, hier. Ja. Servut. Oh, das ist doch nicht. Ja, Trailer ist tot. Ne, Groom, ich hab'n Trailer getötet. Ähm, Wann war oder Snake, einer von euch beiden is is. Ich bin tot. Warum? Dein Kill, Wann war. Dein Kill, Wann war. Wann war lebt's noch? Ja, ja, das gibt's ja nicht. Einer von euch beiden is is. Kill ihn. Kill den Wann war. Ich bin Proven, ihr habt'n Trailer umgebracht. Kill den Wann war. Ja, ich hab'n selbst gerade ein bisschen nachgedacht. Nee, du wirst es, wenn du's schon so sagst. Wann war is' es? Wann war is' es? Wann war is' es? Wann war is' es? Glaub es mir nicht, aber wann war is' es? Oh, Snake. Glaub es nicht. Der Ziegelstein ist hier besessen. Ich bin die ganze Zielscheiße. Ich will auch sein. Ey, das ging gar nicht mehr, wenn Snake jetzt einer der Ziegelsteine wär. Könnt ihr die nicht abschießen? Die Ziegelsteine. Ey. Ja, okay, sorry. Aber du hast geshoppt. Aber du warst eh nur. Lol. Lol. Also jetzt ist echt lol. Ey, stell dich doch nicht hin. Oh Mann. Du Tante, das, wenn du rumstehst. Ah, wann war. Also jetzt ist aber echt lol. Wirklich. Ich hab' quasi nichts gemacht. Nein! Oh mein Gott. Ey, wieso geht's? Das ist das erste Mal, was hier runtergefallen wird überhaupt. Ey, ich bin hier gegen die Wand gelaufen, dann hat die Wand mich hier plötzlich da rüber geschleudert. Ey, Alter, der ist so dumm. Ich kann das, bin ich nicht mehr. Aber das geilste. Einfach mal, der Ding, ich fahr einfach runter, weil ich schiene. Ich glaub, ich muss demnächst als Traitor Hartz IV beantragen. Ich hab' keine Arbeit mehr. Ich bin nur irgendwie weitergeflogen als sonst. Geh weg, Carl. Carl, das ist nicht für dich. Ich bin gestorben, weil dieses Brett unter mir abgebrochen ist. Das ist ein T-Fall, oder? Carl, geh weg. Nein. Das ist das normale... Normalste. Das kann sogar einen T verziehen. Ah, ey. Ja. Ich glaube, das ist, wenn man einfach nur drüberläuft, ne? Einmal. Ja, geh weg. Ja. Ja. Hm. Ich will hier ein Geheimnis zeigen. Ich hab' was vorbereitet. Diese Tür. Oh, geh weg. Achtung, da wird gleich was gesoffen. Was gesoffen? Ja, was gesoffen. Wo gibt's hier Bier? Och, komm schon. Das wollte ich doch nicht so öffentlich machen. Es gucken doch kleine Kinder zu. Hey, gut. Hey, ein Exel. Ah, hier, so kommst du hier hoch. Wett, mach die Scheiße. Okay, das war so kein Klopper. Du wirst überleben. Okay. Lass ihn gerne anschießen. Schieß dich an. Jemand hat versucht, den Dete zu töten im roten Raum. Nein, die da selber. Selbe Stelle. Jetzt hast du hier eine Scheißstelle. Verdammt. Ey, das war alles. Ey, das gibt's nicht. Ich lauf gegen die Wand und die Wand schleudert mich da rüber. Aber Eno. Na gut. Die Wand schleudert mich einfach da rüber. Was ist denn das für ein Scheiß? Du kannst das einfach nicht. Das ist eine Trampolinwand. Ne, das ist echt zu... Wenn du gegen die Wand läufst, dann läufst du um einiges weiter als sonst. Dann läufst du weg. Ja, Alter, dieses Wasser hoch baut so einen Schadenleben, Alter. So, wer ist es denn jetzt? Keine Ahnung. Ich bin das nicht. Ähm, da hat noch jemand getrunken und das war ganz bestimmt nicht ich. Ja, ich auch nicht. Och Mist. Nice. Was ist das hier, was ist das hier? War das nicht verboten, der Falle? Hilfe, es regnet tote Menschen. Nee, ich will die Echte reinwerfen. Waffe, es regnet tote Menschen. Boah, das sieht ja geil aus. Fall gut durch. Leil. Leil. Jetzt laufst du, jetzt ist wieder gerecht. Ich bring dich doch nicht um. Ich bring dich ja nicht um. Hier kommt ja sowieso niemand hoch. Was ist denn das für ein Geräusch? Ist das ein Rauchmelder oder ist das das für eine Karte? Hey. Och Mist, na egal. Hier rumgebracht? Nein. Ach so, Alter, dachte schon, Alter. Ja, ich wollte, als ich dich dann gesehen habe, aber dann... Fick dich. Dann, dann habe ich mir doch noch gedacht, es gibt doch noch Wege. Und Mittel. Nun ja. Mir ist langweilig. Ach, das war Echse. Das war mal der Echse, ja. Jetzt ist es nur noch eine .dll. .dll. Gibt's zu. Gibt's zu. Wer denn? Gibt's zu. Gibt's zu. Du bist es. Du bist es. Jetzt hackt der auch noch. Jetzt habe ich dem Headshot gegeben und der ist nicht tot. Bist du denn, Digga? Ja, ich bin hier im Fernsehraum. Ach, im Fernsehraum. Ja, Mann. Das hättest du sagen können. Ich bin total auf der anderen Seite der Map. Ja. Ja. Tönt den mal, falls du den da siehst. Ich habe den schon angeschossen. Ein bisschen gedamaged, aber... Ja, ja, gut. Ist nicht gestorben. Das ist aber nicht so. Der ist auch am Shoppen. Echt du? Ja. Ja, ja, klar. Der sitzt da die ganze Zeit. Der sitzt da die ganze Zeit. Wo sitzt der Typ denn? Digga. Wahrscheinlich hat der Black Screen. Gehen. Mhm. 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 Bei mir sitzt hier nur dieser komische Psychotyp mit dem Fernsehn, ja. Ähm. Du war mal? Ja. Ah, ok. Ich bin also nicht ganz allein mit Cyberbot. Ona! Nee. Ona könnte vielleicht wirklich tot sein. Könnte. Du weißt doch, er könnte. Er könnte. Vielleicht ist er aber auch Manuel Neuer. Ja, ist er ja gar nicht Ona, sondern Manuel Neuer. Cyber, könntest du... Wenn, dann richtig töten, aber... Ja, wo ist denn überhaupt Drummer? Stimmt. Wobei, hinter dir ist ja dieser rote Raum, ne? Der ist wahrscheinlich da drinnen, der ist ja zu und... Ja. Ja, der da drin campt, ne? Ja, der kann ja... Muss er ja, weil er nicht raus kann. Warum ist er denn zu? Weil wahrscheinlich die Falle da aktiviert wurde und... Ich glaube... Dann schließen sich für dich die Tore. So wie Bayern. 5-0. Ganz ehrlich. Hey, Wanda, kennst du diesen komischen Weg da mit so'n Jump'n'Run da? Ich, äh... in dem roten Raum? Na, nicht in dem roten Raum. Da oben bei dem Fernseher. Da kann man ja hinten noch weitergehen, ne? Du fragst mich Sachen. Dann komm doch einfach mal zum Fernsehraum. Das einzige Jump'n'Run, was ich spiele, ist aber Wayman. Okay. Komm doch mal zu mir her. Ja, sofort. Warte, ich muss mal grad ein Magazin auffüllen. Da! Es gibt auf jeden Fall... Ist sehr wichtig. Weil ich hätte drei Schüsse weniger gehabt. Ich mach mich auf den B. Naja. Ey, was war das? Ich weiß es nicht. Kommst du? Ja, sofort. Ich hab aber auch keine Lust, jetzt hier rauszulatschen. Ganz ehrlich. Du machst was gut, Karl. Weil, was ich denke... Der Campt einfach bei dieser hinter diesen Jump'n'Run, diesen komischen Leuchtturm da. Weil, den siehst du nirgends wo auf dieser Map. Es ist einfach verdächtig. Ja. Wenn du meinst. Ja, wo wär er denn sonst? Dahinten kann er nicht sein. Weil, dann wär er ziemlich doof. Wie schon mal gesagt hat, ich bin im roten Raum. Ähm, glaub ich dir irgendwie nicht. Ich glaub aber wirklich, dass er da ist. Ja, so, hast du ihn gesehen? Nee, aber das Ding ist zu und das Ding wurde aktiviert, als ich dann noch drin war. Ich konnte aber fürchten. Wann, wo bist du jetzt? Wann, wo bist du jetzt? Ich bin hier oben. Komm hier runter! Ich bin doch dabei. Was? Jetzt hab ich das Ikea-Regal angezündet. Nein, nicht das gute Ikea-Regal. Das Billy... Das war doch aus Schweden. Sag mal, wollt ihr jetzt auch mal hier vorbeikommen oder so? Jetzt schon seit Ewigkeiten... Ach, der! Parcours! Ja, der! Parcours, Digga! Ja, aber was ist mit dem? Ja, ich schätze, der ist da hinten unten. Da kann man nämlich dann hinten hochgehen. Tja, aber das, das trau ich mir nicht. Das bin ich. Ey, ich weiß gar nicht, wohin das... Ey, wenn ich das geschafft hab, dann schaffst du das auch. Ich... Komm, nee. Ich guck mal, ob ich ihn hier seh, aber... Anbar, bist du Traitor-Dete? Viel Spaß mit mir heute gekommen, das gibt's lebendig. Ja, Alter! Ich bin nur... Diese Runde... Ne? Ist, äh... Mein Arsch! Gespräche, die jeder hören will. Ah, mein Arsch! Anbar! Mist! Oh Gott... Ich kann's mir erlauben. Okay, die Enos haben gewonnen, alles klar. Eigentlich wäre das mein Ziel. Ähm... Kein Risiko eingehen. Alter! Ich wollte mich jetzt verarschen! Alter! Oh, Mann! Sei mir, aber du hättest wann war 20 Mal killen? Aber ehrlich! Einfach nicht! Echt so? Weißt du, warum ich den Dete nie als vorletztes tötete? Weil ich ge- scheitern schütt... Ähm... Ähm... Den Fate gewinnen bin. Das Fate haben wir aber nicht so! Ja, Alter! Sorry, dass ich das trotzdem gewinnen bin! Ich bin das erste Mal aber immer hier bei euch! Ich glaub, denkst du doch aber dran, wenn du in der Runde spielst oder nicht! Und, äh... Und Dete, du wirst doch entkommen aus dem roten Raum! Ja! Aber so gerade! Hast du dich? Ja, ich weiß! Wie, kann man denn als Traitor-Falle schließen oder was? Ne, der schließt sich wahrscheinlich durch die Falle selbst! Durch die Sniper-Falle? Durch was für ne Sniper-Falle? Diese Sniper-Falle, die alles darin tötet! Auch Twelter, wie ich ja festgestellt hab! Achso, die, die total OP ist, die eigentlich verboten ist oder was? Ne, die ist nicht verboten, aber die ist halt... Aber die tötet alles in dem Raum drin, oder? Ja, aber dich selbst halt auch, deswegen ist die ja nicht OP! Aber nicht für lange! Die, die ist trotzdem OP, du kannst ja nicht... Du kannst die nur vom Raum aus aktivieren, oder was? Was? Nein, schau, exe, exe, komm mal her! Warte, ich hab RTV in den Chat, so! Exe, schau! Regium! Da hinten ist eine Hand, wenn du... Was hast du in der Hand? Traitor bist! Ich hab Fäuste in der Hand! Wenn du Traitor bist, ist dort hinten eine rote Hand zum Aktivieren und da kommt ein Sniper raus und hier geht das Tor zu! Oh fuck, ich hab jetzt aktiviert! Also aktivier's mal! Du hast die wirklich aktiviert? Du hast die aber... Loll! Du hast runtergefallen? Ja! Mach's wie ich und geh die Leiter sicher runter! Call Detective! Ach, das stimmt! Ich spreng Tauben mit Plasma! So, diesmal krieg ich den Scheissprung aber hin mit dem Dach! Ja! Ich mach den jetzt extra nochmal! Ich möchte es sehen! Ich weiß jetzt nicht, wo der Fall ist, aber... Der ist ja gar nicht mal schwer! Ich hab den nur falsch angegangen! Oh, der ist ja nochmal runter! Ja! Ist ja... Ist ja... Ist ja... Ich muss das zeigen! Axel komm mal her! Ich muss das zeigen! Was? Ich bin... Snay! Ja! Ähm... Ja, ich hab's auch grad gemerkt! Ja, tut mir leid! Hier bin ich runter immer! Ich bin sorry! Axel komm her! Ich muss das reinhalten! Da ist ja auch so noch ne Traitor-Falle! Ne, das hast du sonst immer mal! Ich bin grad bei Snay! Snay! Ich bin Snay! Oben! Ich drück ihn an die Wand! Hast du grad... Verwandle dich in die Kiste, Snay! Woow! Okay, Snay hat ne... Snay hat ne Disco geworfen! Disco Bogo! Woow! Snay ist Traitor! Snay ist Traitor! Snay ist Traitor! Wenn ich gar nicht! Wenn ich gar nicht! Wenn ich gar nicht! Loll! Das war mir so klar, als er die Disco geworfen hat, als das ist! Gar nicht! Snay Traitor? Snay ist definitiv! Auf den musste schießen! Er hat im Flopper runtergesprungen! Wo ist denn der? Wo ist er drin? Ich glaube nicht! Ja, okay! Das schießt dann... 20% der Karte aus! Nicht die hinten rum! Er ist 100%! Ich schwör's euch! Ach du Scheiße! Wenn ihr Snay sieht, schießt ein! Flopper! 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 Draiser haben wir mal! Ich hab Flopper für den Lars- aurait... Hey, fuck! Und wo? Wut designers zu紅- Kuidash? So, ich bin weg! Gut, ich wird sagen, das war's! Okay, cool! Wau ki- Tschüss! Bis zum nächsten Mal.